Herzlich willkommen beim Nettes Morgensblogger der Welt. Heute geht es um den Hashtag Bundesliga, der ist ganz oben in den Twitter-Trends und es gibt jetzt auch eine offizielle Stellungnahme der DFL zu der Bundesliga, denn es wird ja darüber gesprochen, dass die Bundesliga bald wieder ohne Zuschauer auch Spiele veranstalten wird. Und von daher wäre es auf jeden Fall auch ziemlich interessant, finde ich, wenn wir darüber auch in den Kommentaren ein wenig diskutieren. Wir haben ja einige Fußballfans wahrscheinlich, die den Fußball auch so wie ich vermissen am Wochenende oder auch während der Woche in der Champions League und es fehlt natürlich alles. Aber auf der einen Seite war es für mich noch vor einigen Wochen undenkbar, mir ein Spiel ohne Zuschauer vorstellen zu können. Mittlerweile muss ich aber aussagen, ich würde fast auch Spiele als Geisterspiele momentan bevorzugen, als überhaupt gar keinen Sport mehr zu sehen, denn irgendwie fehlt es einem denn doch. Andererseits gibt es natürlich auch wesentlich Wichtigeres zu unserer Zeit. Und da wollte ich auch eure Stimmen bzw. die auf Twitter einfangen dazu. Grundsätzlich ist die DFL und auch die Bundesliga ein wenig in die Kritik geraten, auch aufgrund der momentanen Lage mit diesen Tests, die auch in vielen Krankenhäusern und auch Gebieten gar nicht genügend vorhanden waren in der Vergangenheit. Und darauf wurde auch noch mal eingegangen. Ich weiß es nicht, inwieweit diese Testierung für die Bundesliga verschwendet werden sollte, sagen wir mal so. Ich denke, es gibt momentan wirklich wichtigere Themen. Dennoch muss ich sagen, ich werde euch auch die Stellungnahme verlinken, würde ich es ganz gut finden, wenn die Bundesliga irgendwann wieder startet. Ob es jetzt im Mai schon ist oder halt im Juni erst und es dann halt ohne Zuschauer stattfindet, dann würde ich halt sagen, okay, vielleicht wäre es wirklich gar nicht so schlecht. Andererseits brauchen wir den Fußball jetzt so dringend. Ist das nicht vielleicht für Spieler oder Betreuer, die dann trotzdem noch am Spielfeldrand oder am Spiel teilnehmen, vielleicht trotzdem zu gefährlich? Wie soll das in Zukunft aussehen? Ist das dann vielleicht auch zu geldgeil von der DFL und den Vereinen? Viele Vereine sind ja auch von der Existenz bedroht. Das ist wirklich krass, dass viele Vereine jetzt schon Probleme haben und gar keine Rücklagen gebildet hatten, was natürlich auch sehr schade ist. Für mich ist die DFL als Fußballfan ein geldgeiler Haufen, das muss man so offen sagen. Ich bin kein großer Fan von diesen Leuten dort, die da auch arbeiten bzw. da was zu sagen haben. Dennoch muss halt auch die Bundesliga leider den Schritt mitgehen und mit der Premier League Spanien und Italien mithalten. Wenn man generell die letzten 20 Jahre im Vereinsfußball in Deutschland sieht, merkt man, wir haben relativ wenig Titel gesammelt. Das sah in den 80ern und 90ern und 70ern wesentlich besser aus im Vereinsfußball. Jetzt die letzten 20 Jahre ist das doch sehr, sehr wenig geworden. Bayern hat zweimal die Champions League gewonnen, aber das ist jetzt auch nicht wirklich dolle, wenn man überlegt, dass jetzt nur Bayern zwei Titel gewonnen hat und ansonsten keine einzige Mannschaft noch einen Titel geholt hat. Da muss ich auch möchte als Dortmund-Fan, da haben wir auch viel zu wenig gemacht. Ich finde zumindest die Euroleague wäre möglich gewesen. Hier und da vielleicht mal zu holen oder generell auch in der Champions League mal weiterzukommen. Auch für Bayern sind natürlich zwei Titel zwar in Ordnung in 20 Jahren, aber auch nicht richtig gut, wenn man auch gerade Real Madrid und Co. oder Barcelona mal als Vergleich heranzieht. Die haben ja teilweise wesentlich mehr Titel geholt. Und das ist dann schon relativ heftig, wenn man sich das mal reinzieht. Auch die 90er, da hatten wir viel mehr Vereine, die halt auch international mithalten konnten und auch Titel gewonnen hatten. Einmal auch Dortmund als Champions League-Sieger, Bayern UEFA Cup-Sieger, Schalke UEFA Cup-Sieger, auch Bremen glaube ich noch Europapokal der Pokalsieger, Stuttgart war glaube ich auch im Finale damals im Europapokal der Pokalsieger. Also da hatten wir zumindest ein paar Titelträger, auch verschiedene Mannschaften, ja immerhin vier verschiedene Vereine, die einen europäischen Titel gewonnen haben. In den 80ern hat auch mal der HSV die Landesmeisterschaft gewonnen und ich glaube Eintracht Frankfurt auch den UEFA Cup und Bayern hatte auch mehrere Final-Teilnahmen und Co. Also man merkt auf jeden Fall, dass so die letzten 20 Jahre der deutsche Vereinsfußball schon Probleme bekommen hat und andere Nationen wesentlich mehr geholt haben als jetzt der deutsche. Aber dennoch muss man halt auch sagen, wäre es halt ganz gut, um jetzt nochmal den Bogen zu bekommen, dass man vielleicht irgendwann wieder einen normalen Alltag hat. Und zum normalen Wochenende gehört bei mir natürlich auch der Fußball dazu. Aber ja, ich gehe jetzt hier mal einige Meinungen durch, ein bisschen ungefiltert, aber ich will trotzdem alles Aktuelle mal ein bisschen auffangen. Sollte die Bundesliga in den geleakten Vorgaben von maximal 239 Personen im Stadion, 8 Trainer, Schrägstrich Betreuer, 4 Ballungen etc. weitergehen, warum braucht es dann 30 Ordner? Verstehe ich auch nicht so ganz, aber die Ordner sind vielleicht wichtig, weil vielleicht einige Fans sich doch vor dem Stadion versammeln könnten und vielleicht sich auch in das Stadion hineinbegeben könnten. Das muss man ja auch mal so sehen, dass da vielleicht manche dann sich nicht dran halten. Wenn Kapazitäten für 20.000 Tests für Bundesligaspieler zur Verfügung stehen, frage ich mich, wieso in Altenheimen nicht regelmäßig getestet wird, wo es um Leben und Tod geht und nicht um Kommerz. Sehr gute Meinung, gehe ich auch absolut mit, kann man so sehen. Also die Tests sind knapp gewesen, auch teilweise dort, wo sie dringend gebraucht werden. Und warum jetzt der Bundesliga, weil halt der Ball weiterräumen muss, dann so viele Tests zur Verfügung gestellt werden in Zukunft, ist natürlich schwierig. Aber zu den Tests hat, wie gesagt, auch die DFL hier noch was geschrieben. Ich werde euch das verlinken. Kostenlose Sky-Obos für alle Kartenbesitzer. Das ist glaube ich nicht, dass Sky das machen wird. Warum auch? Sportbasar ist jetzt zu 90 Minuten, sind jetzt hier einige Fußball. Gehen wir mal die Meinung von Leuten durch. Ich finde Geisterspiele auch doof, würde aber auch lieber in der Westkurve unserer Löwen feiern. Na gut, die Löwen haben jetzt gleich nicht so viel zu feiern, aber trotzdem Grüße gehen raus. Es ist aber nötig, dass Bundesliga, zweite und dritte Liga weitergehen, um Arbeitsplätze zu sichern. Nicht die der Millionarius, sondern die der normalen Arbeitnehmer. Und Grüße auch an die Sechziger, die hatten ja auch, glaube ich, im letzten Jahr nicht so viel zu lachen. Haben ja Fanfreundschaft mit den Dortmundern immer gehabt in den 90ern, das weiß ich noch. Darf das Abstiegsgespenst eigentlich zu Geister spielen? Man weiß es nicht. Ich bin ja ein großer Fan, aber auf den Start der Bundesliga kann ich getrost verzichten. Und das sagen sehr viele. Volles Stadion, tolle Stimmung, Atmosphäre gehören dazu. Mit Geisterspielen geht das alles leider verloren. Durchaus richtig. Ich muss halt, wie gesagt, sagen, ich bin da und wie zwiegespalten. Auf der einen Seite wünsche ich mir und wie dem Fußball wieder zurück. Einfach so, dass man wieder so ein Entertainment zusätzliches hat. Man kann ja auch nicht ins Kino gehen. So ein bisschen fehlt einem ja auch so ein... Die Serien hat man auch bald alle durch und filmen. Also das ist dann auch mal Essig. Ich habe ja immer das Gute, dass ich irgendwie ein Video aufnehmen kann, wenn man wirklich mal langweilig ist. Oder keine Ahnung. Aber es fehlt einem schon irgendwie so ein, zwei Mal in der Woche, dass der Ball auch rollt. Das ist schon ein bisschen schade. Aber ich gehe da auch mit. Ich kann auch noch drauf verzichten. So wichtig ist es jetzt nicht. Noch ein SC Freiburg-Fan. Sandra schreibt, mega, der dritte Versuch von Niklas Höfler, wie auch diese geniale Trainingsmethode. Achso, okay, das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Werden viele nicht wissen, wie die nächsten Wochen aussehen werden, ob sie ihre Miete bezahlen können, wann sie überhaupt wieder richtige Einnahmen haben werden. Ist die Bundesliga ganz weit unten auf der Prio-Liste. Kann man auch so mitgehen. DFL über geplante Corona-Tests. Also hier hat auch nochmal der Freiburg-Feed-Seite das gepostet. Natürlich sind auch die Bundesliga-Vereine natürlich auch interessiert daran, dass natürlich die Leute das nicht ganz so kritisch sehen. Das kann ja auch ein Image-Schaden für die Vereine entstehen. Wenn die Leute jetzt sagen, Mensch, irgendwie ist das da einfach nur noch bescheuert, was die da machen. Es gibt da jetzt viel Wichtigeres. Vielleicht sollte man auch die Bundesliga-Saison einfach mal aussetzen und sagen, man übernimmt jetzt einfach die Tabelle. Und fertig. Das wäre natürlich jetzt für die Vereine blöd, die vielleicht noch irgendwo um die Meisterschaft mitspielen. Aber würde ich jetzt auch als Dortmund-Fan verstehen, dann ist halt Bayern zum 100. Mal Meister am Ende. Aber dann ist das halt so, wenn es dann halt vorgeht. Und momentan hätte ich dafür auch Verständnis, auch wenn es blöd wäre. Ich muss auch sagen, es gibt momentan, glaube ich, wichtigere Themen als die Bundesliga. Aber gehen wir hier nochmal einige Meinungen durch, würde ich sagen. Die Bundesliga ist also systemrelevant. Dann geht sterben. Ich meine damit nicht die Leute im Umfeld. Man merkt auf jeden Fall, es kommt sehr gespalten an bei den Leuten. Wird die Bundesliga-Saison abgebrochen? Werden viele Vereine pleite gehen? Oder 50 plus 1 fällt? Wollt ihr das? Ich hasse Geisterspiele, aber sie sind alternativlos. Ja, auf der anderen Seite stehen natürlich die Vereine und viele Arbeitsplätze, die da natürlich auch betroffen wären, wenn jetzt einzelne Vereine pleite gehen. Und dann kommen natürlich auch wieder Leute, die sagen, Mensch, wir kaufen jetzt Verein XY auf. Und dann sieht das irgendwann so aus wie in England. Auf der einen Seite muss man vielleicht den Weg sogar fast zu gehen und sagen, Mensch, Tradition und Co., das war mal. Es ist halt damit kein Blumentopf mehr zu gewinnen, wenn für Spieler 200, 300 Millionen ausgegeben werden in Zukunft, müssen halt irgendwelche Ölscheißen, obwohl, apropos Öl, das sieht ja momentan auch nicht so gut aus mit den Ölscheißen. Da sind ja inzwischen auch alle pleite. Ihr habt es vielleicht mitbekommen mit den Ölpreisen. Ja, bin ich auch mal gespannt, wie da ist jetzt Ben City bald morgen pleite. Also, wie gesagt, momentan ist es echt abgefahren. Wir leben jetzt in einer recht spannenden Zeit, die 20er Jahre. Es wiederholt sich irgendwie so ein bisschen. Das war ja auch in den 20er Jahren, die vor 100 Jahren, auch schon das Thema ganz groß wird, der Finanzkrise. Vielleicht einige, die in Geschichte gut waren, wissen ja noch, was da alles so passiert ist. Und auch die spanische Grippe war ja in dem Zeitraum, also 1910 und 20, glaube ich, rum. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Ich schieße mich jetzt nicht an die Wand, wenn ich mal was falsch sage. Aber auf jeden Fall wiederholt sich irgendwie alles ein bisschen. Es ist ein bisschen gruselig. Die rechten Parteien werden immer stärker. Also vielleicht passiert wirklich 30 Jahre, äh, 30 Jahre, 100 Jahre später genau das gleiche wie in den 20er und 30er Jahren damals. Man weiß es nicht. Und wie wirkt das fast so, als sollte das sich jetzt nochmal alles wiederholen. Ja, wie dem auch sei, wie seht ihr das Ganze? Ich habe jetzt mal ein paar Meinungen hier aufgegriffen. Ich finde auch, grundsätzlich gibt es momentan wichtigere Themen. Ich vermisse allerdings als Fußballfan natürlich auch den Fußball und bin natürlich auch gespannt, wie ihr das Ganze seht. Schreibt das sachlich unten rein. Bis bald und tschau, tschau.